So, wir stehen jetzt hier mitten im Phantasialand und wir haben uns eine Kleinigkeit ausgedacht. Ja, denn dieser Park ist natürlich für klein und groß ein Vergnügen. Aber wir wollen heute mal die männliche Seite des Parks decken und haben unseren großen Achterbahn-Contest aufgerufen. Wir fahren Black Mamba, wir fahren Colorado. Colorado Adventure, das sind die zwei krassesten Achterbahnen, die es hier in dem Park gibt. Es wird behauptet, dass man beide Bahnen nur zweimal hintereinander fahren kann. Maximal, dann stirbt man. Dann stirbt man sofort. Unterbricht sich beim Tod, aber wir wollen versuchen, einen neuen Rekorder aufzustellen. Wir stellen einen neuen Rekorder auf. Wir werden beide Bahnen, ich peile mal die 15 an. 15 pro. 15 im Schnitt, 15-20 Mal pro Bahn kalkulieren wir ein. Das wird natürlich ein bisschen dauern, aber wir haben uns Verstärkung an die Seite geholt, damit wir uns nicht immer hinten anstellen müssen. Ja, wir werden immer direkt vorne rein können. Ich habe mir überlegt, 15 Mal Black Mamba ist das Ziel. Ja, muss drin sein. Also, auf geht's! Hustle up, man! Yeah! Das ist der Eingang zur Black Mamba, der krassesten Afterbahn der Welt. Man nennt ihn auch den Schlund des Teufels. Angeblich gibt es bei dieser Achterbahn nur einen Eingang. Keinen Ausgang. Michael Jackson ist einmal mit der Black Mamba gefahren und kam weiß wieder raus. Ihr seht also, es ist saugefährlich, doch wir scheuen keine Gefahren. Auf geht's! Gefahren 20 Mal. Zählt mit! Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020